Aus meiner Sicht sind nicht nur die Finanzmärkte und die Aktienmärkte, sondern wir alle in einer brandgefährlichen Lage. Warum? Weil aus der derzeitigen Energiekrise mit exportierenden Preisen sich eine Versorgungskrise entwickelt. Wir also mithin Güter des täglichen Bedarfs, Dinge, die für uns selbstverständlich sind, plötzlich nicht mehr da sind, nicht mehr produziert werden können, nicht mehr geliefert werden, nicht mehr vorhanden sind. Und das stellt uns vor eine völlig neue Situation, die nach meiner Auffassung von den Märkten noch nicht adäquat eingepreist wurde. Was ich damit meine, will ich gleich zeigen. Zunächst mal ein Blick auf das Mantra, das wir ja immer haben von den Notenbanken transitory, genauso transitory wie diese Dinosaurier. Man hat das Gefühl, dass die Notenbanker eben ein bisschen transitory selbst sind, dass sozusagen ihre Auffassung, dass das alles ja bald vorüber geht, immer mehr in sich zusammenfällt. No time for puts, so sehen wir hier Jerome Paul. Aber ich habe jetzt Gespräche geführt, die mir klar machen, dass nichts transitory, das sind Leute, Insider aus Branchen, die sagen, das wird nicht transitory sein, das kannst du total vergessen. Das sind strukturelle Probleme, die nicht schnell vorbeigehen und die deswegen einen massiven Preisauftrieb nach sich ziehen, die Wirtschaft gleichzeitig abkühlen, wir also eine Stagflation bekommen und das ist das riesige Problem. Schauen wir uns zunächst mal diese Meldung an. Ich hatte im Vorfeld schon mit jemandem gesprochen, den ich gut kenne, der mir gesagt hat, ich bin in der metallverarbeitenden Industrie und wir waren eigentlich super guter Dinge, Preise für Metalle auf neuen Hochs. Wir wollten neue Leute einstellen und plötzlich ist alles anders geworden. Die haben jetzt ein Drittel ihrer Produktion stillgelegt und das ist ein Riesenthema in dieser Industrie. Da muss solche Hochöfen erstmal runterfahren. Da muss man das ganze Zeug absaugen, sonst würden die erkalten, dann sind die unbrauchbar. Ein solcher Hochofen kostet viele Millionen Euro. Und jetzt sehen wir, dass hier ein drohender Aluproduktionsstopp die gesamte deutsche Industrie gefährdet, denn dieses Aluminium ist so wichtig für Autoproduktion, Elektrofahrräder, in fast allen Bereichen wird Aluminium eingesetzt. Warum hat man hier Probleme? Weil Magnesium fehlt. Magnesium fehlt deswegen, weil China es nicht mehr liefert. China liefert es nicht mehr, weil in China eben aufgrund der Elektrizitätsprobleme die Regierung in Peking gesagt hat, ja, ihr werdet jetzt deutlich weniger produzieren können, denn das ist sehr energieintensiv, diese Produktion oder die Herstellung von Magnesium. Und dementsprechend hängt alles mit allem zusammen. Und das bedeutet, wenn wir jetzt die Situation haben, dass hier maßgebliche, extrem wichtige, aber bisher selbstverständliche Dinge nicht mehr produziert werden, dann hat das einen Effekt, einen Domino-Effekt auf die gesamte Wirtschaft, der überhaupt nicht absehbar ist. Wir schlittern dann in eine Versorgungskrise und das Thema Transitory oder Nicht-Transitory hätte sich damit gleich erledigt. Schauen wir uns mal die globale Inflations-Surprise-Index an von der Citigroup. Absolutes Allzeithoch sehen wir hier. Noch nie so stark wichen die reinkommenden Daten von der Erwartung ab. Und hier sehen wir das ganze Problem. Der Unterschied zwischen dem City Economic Index und dem City Inflation Surprise Index ist enorm. Das ist gerade das riesige Thema. Wir schlittern in eine Stagflation weiter steigende Preise oder zumindest nicht runterkommende Preise bei einer sich abkühlenden Wirtschaft, weil viele Dinge nicht mehr produziert werden, dementsprechend nicht verkauft werden können, dementsprechend auch nicht einfließen in die BIP-Berechnung. Schauen wir uns mal an eine Erlöse von Gruppen 6. Sie sagen, wie entwickeln sich die Märkte in einem stagflationären Umfeld. Normalerweise sind die Returns, also die Erträge im Aktienmarkt positiv pro Quartal. Aber durchschnittlich haben wir in einem stagflationären Umfeld, also schwaches Wachstum oder gar kein Wachstum, bei hoher Inflation, quartalsmäßig oder pro Quartal ein Minus von 2,1%. Das ist also das Worst Case für die Aktienmärkte. Warum ist das so? Weil die Unternehmen natürlich höhere Kosten haben, die sie nicht schnell genug weitergeben können. Früher oder später passiert das, aber schlichtweg eben auch weniger produzieren können, Arbeitskräftemangel haben, zu hohe Energiepreise haben. Das ist das Thema, was derzeit auch in der Alu-Branche der Fall ist. Sind die Energiepreise so stark gestiegen, dass man sagt, selbst wenn wir jetzt produzieren, können wir teilweise gar keinen Gewinn mehr damit erzielen. Das ist absolut krass, aber Wert würde da profitieren in einem stagflationären Umfeld. Das wäre eben Healthcare, läuft am besten. Energy läuft sehr gut. Und was nicht gut läuft, ist Information Technology, also Tech und Industrials, das sind die zwei schlechtesten. Also wir sehen, meine Damen und Herren, da ist vielleicht eine Idee, wie man sich positionieren kann, wenn dieses Szenario wahr wird, was sich jetzt hier doch relativ klar abzeichnet. Dementsprechend, Goldman Sachs ist, glaube ich, mit der vierten oder fünften Abstufung, was das US-BIP betrifft, für die nächsten Quartale. Ich glaube, das ist jetzt das vierte oder fünfte Mal, dass man das jetzt macht. Zwar haben jetzt die Politiker in Washington erst mal die Dose noch weiter die Straße runtergekickt mit der Schuldenobergrenze, aber das Ganze wird dann Anfang Dezember fällig und die Republikaner haben gesagt, in Gestalt von McConnell, dem Führer der Republikaner, also wir werden da nicht noch mal helfen. Das müssen die Demokraten dann alleine machen. Jetzt hatten wir am freien Tag, wie Sie wissen, die Arbeitsmarktdaten. Die waren sehr schlecht, aber gleich oder schlecht. Wenn man es genauer analysiert, waren sie nicht ganz so dramatisch schlecht. Die Märkte erst mal erleichtert. Hurra, kein Tapering vielleicht. Aber Sonderfaktoren deuten darauf hin, dass die Zahlen nicht ganz so schlecht waren, sodass das Tapering wahrscheinlich doch kommt. Und wir haben eben sehr hohe Stundenlöhne gehabt. Also auch hier ein stagflationäres Umfeld, was die ganze Geschichte ein bisschen schwieriger macht. Und jetzt kommen wir zu diesem ganzen Energiethema. Energiekrise wird vielleicht zu einer Versorgungskrise. Wir sehen hier, Gazprom hat jetzt die Preise erhöht, um letztendlich vielleicht mal klarzumachen, okay, wir sitzen hier im längeren Hebel. Aber man sagt hier auch eben ganz klar, okay, Leute, solange ihr das Problem der Speicherung dieser alternativen Energie nicht in den Griff bekommt, habt ihr ein Problem. Und das genau ist unser Problem. Nicht nur ist es so, dass eben, wenn nicht genug Wind weht, wir ein Problem haben, sondern wir können diesen Strom nicht speichern oder nur mit einem miserablen Wirkungsgrad unter hohen Kosten. Das lohnt sich im Grunde nicht. Und jetzt sind wir eben in einer Situation, dass die Asiaten alles am Markt wegkaufen und wir jetzt in die Röhre gucken und hoffen, dass wir doch Gase aus Russland bekommen. Hier sehen wir mal, wie gering unsere Lagerbestände sind. Und jetzt kommen wir in die fast paradoxe Situation, dass wir wahrscheinlich bis Mitte 2022 den höchsten Konsum an eben fossilen, an dreckigen Energien haben werden. Kohle, Natural Gas, also Erdgas und Öl wird wahrscheinlich ein neues Allzeithoch erreichen. Das heißt, hier sehen wir das Paradox letztendlich dieser grünen Wende, die nicht wirklich überlegt ist, die nur funktionieren kann, wenn wir diese grüne Energie auch wirklich speichern könnten. Und Frau Thunberg ist da vielleicht sich nicht ganz gewahr, dass letztendlich durch diese Regularien, die da geschaffen wurden, genau das Gegenteil entsteht. Das ist wirklich krass. Übrigens auch in der Solarindustrie, da braucht man eben Silizium. Jetzt ist es so, dass China nicht genug Silizium liefert, sodass sie eben die Preise für Silizium nach oben schießen, was dann wiederum diese ganze Versorgung mit Solarpanels extrem erschwert. Jetzt haben wir die Situation eben auch, dass in der klassischen fossilen Industrie die Dinge eben so sind, dass die Produktion eigentlich nicht gewünscht ist, dass man extremen politischen Gegenwind spürt, dass man deswegen kaum mehr investiert hat und dass letztendlich wir in einer unangenehmen Situation sind, weil schlichtweg der Bedarf noch da ist, aber die Produktion nicht wirklich mitkommt, eben aufgrund schon mangelnder Investments. Und dieses Gap, diese Lücke, die werden wir nicht so schnell füllen können. Deswegen dürfte diese ganze Energiekrise eben nicht temporär sein, sondern eben ein etwas dauerhafteres Problem. Wir sehen jetzt Crude Oil, das amerikanische Crude Oil, über 81 Dollar gestiegen, nach oben ausgebrochen. Auch das bringt dann inflationären Druck. Und im Zusammenhang mit dieser ganzen Erdgasgeschichte sehen wir auch, dass die Düngermittelpreise extrem steigen. Wir sind jetzt auf dem neuen Allzeithoch. Viele Bauern überlegen, soll ich da jetzt in diese Preise noch reinkaufen? Auf der anderen Seite ist es wie mit dem Toilettenpapier. Wenn du nicht hortest, hast du ein Problem. Wenn du hortest, dann zahlst du immense Preise. Also es ist irgendwie eine katastrophale Situation. Kommen wir abschließend, meine Damen und Herren, noch nach China, weil das ein bisschen improvisiert. Ich hatte technische Probleme. Ich muss jetzt irgendwie gucken, wie ich das alles noch einigermaßen hinbekomme. Das zu Beginn der Woche. Aber jedenfalls sehen wir, Numoda schätzt jetzt, dass die chinesischen Immobilienentwickler insgesamt mit 5 Billionen verschuldet sind. Die chinesischen Immobilien insgesamt bringen etwa 64 Billionen auf die Waage. Es sind damit die größte S-Klasse der Welt. Dementsprechend, wenn wir da eine Krise haben, haben wir eine Krise in der größten Asset-Klasse der Welt. Wir sehen, dass das nicht ohne Folgen bleiben kann, wenn da etwas schief geht. Das dürfte klar sein. Und wir sehen jetzt, dass die Hausverkäufe, die Contracted Sales in China um 33 Prozent zum Vorjahresmonat gefallen sind. Fitch hat jetzt den nächsten Immobilienentwickler downgegradet. Und wir sehen, dass jetzt China auch, Peking auch die Elektrizitätspreise erhöht hat. Weil eben auch in einer Provinz Shang-Chi, dort wo viele Kohlekraftwerke stehen, Überflutungen gegeben hat. Dadurch sind diese Kohlekraftwerke ausgefallen, konnten nicht betrieben werden. Jetzt hat man die Preise erhöht für Energie oder für Elektrizität. Das wiederum hat einen inflationären Touch. Das, meine Damen und Herren, soll es erstmal gewesen sein. Ich verweise noch hier auf dieses schöne Bild, auf diese schöne Karikatur kann man sagen. Fragt ein Junge hier, Xbox, Chip-Shortage, diese ganzen Bereiche, die jetzt nicht mehr Vans, Factory Shutdown oder Slowdown. Also wir sehen, das könnte ein interessantes Weihnachten werden, wo wir möglicherweise viele Sachen nicht bekommen. Es gibt für alles einen Grund. Entweder weil die Fabriken stillstehen oder weil wir das Material nicht haben oder die Lieferketten nicht funktionieren. Also das wird eine echte heiße Geschichte. Und hier vielleicht noch ein Artikel, den ich unter dem Video verlinke. Lieferengpässe vom Wasser auf die Schiene und die Straße. Da sehen Sie mal die ganze Dramatik der Situation unter dem Video. Jetzt wünsche ich erstmal einen guten Start in die Woche. Und sage Servus und Ciao.